Hallo und willkommen zurück, gestrandet auf dieser Insel, nach einem Flugzeugabsturz, wie er beschrieben wurde, wie wir aber nie gesehen haben. Wir müssen traurige Schweinchen finden, damit wir wieder was zu essen haben. Das heißt, sie werden, wenn wir sie finden, noch trauriger sein, aber das ist egal. Ja, traurige Geschichte eigentlich, aber okay. Ich sehr viel für uns zur richtigen Insel. Hm, ich komme nicht voran gerade. Turbo! Weißt du, was ich glaube? Sie vermut sich aus wie in die Boote. Ja, vor allem, wenn man sich in die falsche Richtung dreht, ne? Oh. Oh, verdammt. Ich habe das gleiche Problem. Was ist denn da? Du hast was gedrückt. Hä? Warum habe ich jetzt... Ich mache Reitierboot und es kommt kein Boot. Dein Boot hat dich verlassen. Ja, ah, da ist es. Oh, ein Turm. Ist es das, was du so interessant fandest? Nein, das ist ein Durchturm. Aber da bin ich auch schon aufgeknittert. Ein Durchturm? Ein Durchturm, genau. Ach. Oh, bin ich schon wieder fest. Was, ich fand ich interessant. Ja, diese eine Sache. Ich denke mal, da wo wir jetzt hin müssen. Irgendwie zu kommen. Diese eine Sache. Oh nein! Diese eine Sache. Ich bin voll weit zurückgeflogen, als ich dich gecrasht habe. Ich kann nicht mehr auf... Guck mal, hier ist Blut. Oh, das hat... Was machst du da eigentlich? Ja, dem Boot müssen wir folgen. Oh. Guck mal, hier ist eine Leiter irgendwo. Guck mal, hier. Warte, ich gebe dir die Hand. Oh, ich bin... Ich bin immer vor, weil ich weiß schon, wo das hinführt. Weil ich das schon aus Versehen gemacht habe. Ja, ja, sagt sie jetzt. In Wirklichkeit hat sie das schon fünfmal durchgespielt hier. Ja, habe ich auch. Und da war sie gerade mal elf. Oh. Ja, attention. Oh, nee. Ich habe sie aber auch nicht gesehen. Was ist... Wo geht's da eigentlich runter? Aber ich probiere aus. Ich bin hier runtergefallen, von daher. Was, du bist das erste Mal daruntergefallen? Nein, bin ich nicht. Darum, zeig ich probiere es aus. Da redet einer... Äh, nicht auf die Druckplatten. Wir wissen nicht, wo ein Loch entsteht. Aber da ist... Aber da ist... Hier ist eh eine Treppe, wie es wieder hochgeht. Oh, Buchstaben. Die verraten schon den Weg. Okay. Hier sieht er auf der Karte. Ich wollte hier Fleisch kaufen. Plötzlich kam dieser Drache. Mein Bruder ist geflohen. Er ist bestimmt bei unserem... Bei unserer Hütte. Ich markiere sie dir auf der Karte. Äh, Koordinate. Danke, dass wir das selber markieren dürfen, obwohl du sagst, du würdest es markieren. Sehr zuvorkommend. Ach, da ist... Ist das hier hinten? Ich habe das jetzt aufgeschrieben mit Typ. Dann habe ich die Koordinaten... Typ. Typ. Mensch, Dings. Dingens. Können wir jetzt... Durch, noch? Es ist uns jemand gefolgt. Oh, oh. Wir müssen ihn mit dem Kabeljau verprügeln. Ja, die denn alle. Ja. Steffi, schwimm gleich. Ich bin im Wasser. Super gut. Aber ich weiß noch, in Folge 2, als wir voll verwirrt da durch die Kneipe rumgelaufen sind, weil wir dachten, irgendwo wäre ein Hinweis. Ja. Und dann musst du nur hinter die Theke gehen. Ja, war es im Auge. Das ist total... Hi, Steffi. Hallo. Hoch, warum ist mein Boot plötzlich immer weg? Will ich Nix-Bag haben? Nix-Bag, nicht meiner. Der Nix-Bag. Kennen Sie schon den Nix-Bag? Der Bugs Bunny. Bugs Bunny, genau. Wir müssen da an Land gegangen. Kürbis, ein Baum. Nee, bin ich nicht. Ja, das sollen, glaube ich, Kokosnüsse sein, oder so. Warum ist denn da oben... Aber es sieht so ein bisschen aus wie diese chinesischen Laternen. Stimmt. Das ist auch so. Warum ist der Baum da von der Seite so schwarz? Ist der bei euch auch schwarz? Rassistisch. Was ist das? Ich muss mich voll zurückhalten. Ich weiß nicht, wer hier... Ein Rassistenbaum. Ja, warum sind... Das sollte nie... Nee, aber... Nicht der Baum ist Rassistisch. Ja, doch, stimmt. Ja, ja, der Erschaffer. Stell dir vor, wir hätten immer noch kein Rettungsboot... Also, ich hatte das Rettungsboot ja, aber wir hätten das nicht rausgefunden, dass wir das haben. Und wir würden immer noch hier rumpaddeln bis... Oh, guck mal da. Ist es das? Ich bin gerade... Was denn? Was kommt denn da? Nee, das ist ein Schiff. Ich bin gerade verwirrt. Verwirrt? Verwirrt. Ach, hier sind wir. Ja, wir sind fast nicht richtig. Wo lang denn? Ich komm nicht weg. Ich kann nicht wenden. Wie das aussieht! Ich komme nicht weg! Ich verstehe diese Boote manchmal nicht. Du drückst in eine Richtung und sie machen nichts. So, wir sind jetzt hier oben, wo wir... Ich bin eben schon mal gegen Steffi gefahren und es hat nichts passiert. Wir fahren auf das Schiff zu und dann schwimmen wir in die Insel. Das ist perfekt. Wir wollen uns das ja angucken hier alles. Was passiert was? Wir wollen uns das ja alles angucken, ne? Ach, bei dir ist was passiert. Du bist kaputt gegangen wieder? Ja. Blutiger Hafen. Der Schmugglerhafen ist ein... Ist ein, äh... Zweischneidiges Schwert. Haufenweise die betreiben hier ihr Unwesen. Aber die günstigen Preise locken auch... Äh, viele Käufer an. Anscheinend hat hier jemand Tiere abgeladen. Vor den anliegenden Booten findet... Findet sich eine Blutspur. Folge der Blutspur zum Hafen. Ja, okay, das haben wir schon gemacht. Was gibt's denn hier? Hier müssen wir zwar nicht hin, aber man kann ja mal gucken, ne? Wo, meint ihr im Schiff hier? Ich hab euch verloren! Man muss ja die Arbeit mal hier... Seid ihr da bei der Lava? Was ist hier? Nö. Komm ich da hoch! Wo seid ihr? Ui. Auf dem Schiff. Boah, voll die Spring-Skills, ey. Auf dem Schiff, was im Felsen hängt. Auf dem Felsen. Ui. Ja, Tarnik. Ich seh euch nicht. Also, ich... Das ist so ein hübsches Schiff. Ah, jetzt seh ich euch. Warum ploppt ihr denn immer so spät auf? Ich wollte gerade das falsche Lied anstimmen. So was hübsch hier. Oh, ein kleines Aquarium, wie süß. Wo? Fisi, Fisi! Fisi! Ich seh ich hier unten! Kommt's euch hoch! Der hier, genau! Wo kommt man denn hier über den Zaun? Ja? Kommt ihr das alles so süß? Das Aquarium? Ich seh dich überhaupt nicht. Hier hinten! 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 Hier, 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 hier! Hier, hier, hier. Hier. Hier, was? Was? er hat die reine taten diese sich heruntergekommen das ist eine Kappe das ist ein Goldfisch hoffentlich das ist auch nur der Seestern und hier ist der Kopf oh ein Aphmium fährt sie ja, auf dem Schiff aber ein schönes Schiff ich hab mich auch und zufrieden werden mit Kajüte das ist ein Hübscher das ist ein Hübscher bringen wir einen goldenen Apfel und wir werden weiter irgendwo auf diesem Schiff sollte einer sein ja hier ist einer, komm nicht unten zurück warte wo, seid ihr denn? wir machen das bestimmt gerade eine cooles Zeitquest wo sind wir den Apfel? ja wahrscheinlich sind wir noch viel zu früh dran für den Sparten ach hier über der Türe, guck mal könnt ihr den nehmen? ne, da sind wir bestimmt noch zu früh dran für den Sparten vermutlich hat das noch was mit den Schweinchen zu tun wir machen die hier so, dann können wir jetzt wieder hier und so ich hatte gerade echt kurz Angst wir stehen ineinander, kann das sein? ja, ich weiß Angst, dass meine Aufnahme nicht wenn ich, äh, laufen würde oder so voll Panik ging, weil ich gerade dachte boah, er sagt Aufnahme ich muss mal gucken, wie ich spiel du säufst übrigens gerade ab ja, weil mein Boot kaputtge- oh, Alter alle fahren gegen Keksi ich bin... ich bin hier beim Autoscooter, oder was? oh, was ist denn das für spannende Erschiede? in meiner Badewannepping lass uns doch mehr Dinge erkunden, die wir nicht erkunden sollten ja, das meine ich... oh, Alter ein Turm boah, wohin zuerst? wohin zuerst? wohin zuerst? ist das hier der Linksturm hier? von Sauron ja, 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 ja genau Sauron oder Sauron die sind beide Großtürme boah oh, ich glaube da ist der Drache Egal keinen großen Turm hier links von deiner Linken sehen sie den Turm er ist abgesichert ey, die sieht aber wirklich so aus Steffi, der Reiseführer wirklich so nachgedaust muss er mal hinspüren, meine Tanks sind nicht weit genutzt sind sogar zwei Turmen ui aber von hier unten sieht er wirklich so aus wir müssen ihn angucken, ich trau schon hin, wir müssen ihn angucken, ist mir ganz egal jetzt? ok du brauchst den Turm? ja oder oh, da sind ja, das hat nicht gebraucht komm später wieder, ich habe keine Schweine wir fangen, wir machen die Schnitzeljagd von hinten wir fangen das von hinten rum an erst finden wir die Schweine und dann suchen wir die Hinweise, wo sie sein könnten guck mal, hier sind Schweine ey, hier sind tatsächlich Schweine lass mitnehmen wieso, süße Schweine ich sterbe ich sterbe, wieso sterbe ich? ich sterbe wegen dem Drachen, würde ich sagen der Drache wurde auf dich aufmerksam oh nein, geh weg stand das da echt? der Drache wurde auf dich aufmerksam wahrscheinlich stand das im Chat unten ich will keine Ehre, steht auf dem Chat unten wir bräuchten einen Meisterdieb nein ich hab das uaah aua aua ich hoffe, den habt ihr jetzt verstanden ja, natürlich ja, natürlich oh mein Gott, ich bin fast gut der Drache hat mich fast getötet ich bin nach Hause oh, meinst du, warum ich das hier gerade so Fan girl, hallo? oh, meinst du, warum ich das hier gerade so Fan girl, hallo? so ein Remake aus Herr der Ringe und Hobbit, ja ja, die haben auch Schweine gesucht, ne? so, die Hobbits suchen immer Essen das stimmt das stimmt auch wieder okay so Frau Reiseführerin ja, nach Hause also hier, ne? nach Hause? nach Hause telefonieren so wohnen wir jetzt immer rein der Geister bei dem Scheiß, ne? doch was? was für Scheiß? ich möchte, dass es Tag ist ich möchte, dass... bei Nachts ist doch auch schick aus, hm? ja, bei mir lehden... ich muss mal gucken, kann ich die... bei mir lehden die Channis nicht ooooh, mein Boot eh, ich will... ich will durch die... das ist mir mein Boot du kannst dich durch mich durchfahren, ruhig dich, Junge wo steck die hin? hier hinten haha ja hast du schön gesagt ja, ne? vor allem in dieser Dunkel kann ich wirklich gar nicht folge mir, Keksi ich winke dir hier Moment hier? so? ja, jetzt! okay hab ich gerade, äh... heute bin ich hier da durch oh, warum falle ich mein Boot einfach? vor allem, weil ich bin immer auf F1, damit es schöner aussieht also dass diese Leise da weg ist mhm wenn man erst mal wieder rauf kannst du nicht die... kannst du nicht einfach rechtsklick machen und dann... ich krieg dann nichts angezeigt doch, hä? eben ging das nicht vor, okay ich weiß nicht, war das bevor ich rausgeflogen bin, das kann sein wenn ich das versucht habe... hallo, warum kann ich nicht gerade ausfahren? sind wir hier recht, die Steffi? stimmt stimmt er hat irgendwas gegen gefahren, Titanic oder was? Eisberg so ne kleine, so ne kleine Eisschorle, so winzig klein, passt nicht mein Pinguin drauf hier müsste man richtig sein geradeaus und das sollte... stimmen hoff ich sieht so aus sieht so aus oh, jetzt muss er da lachen random geradeaus fahren weg bei mir total ich hab Angst, dass mein... dass ich... dass ihr Internet fast weg ist oh nein, oh mein Gott, was passiert hier? okay, okay, okay 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 klickst du ein bisschen weiter nach rechts ja, ich kann gerade nicht nach rechts ich hab hier gerade voll die Dubstep-Party ich kannte das schon, als ich das Welten-Special aufgenommen habe hier mal so ein bisschen Dubstep-Party für meine Zuschauer welches Welten-Special? guck mal so ein Welten... man kann doch seit 1.8 Welten generieren lassen da hab ich mal ein Special dazu gemacht ich hab's gesehen, will ich mal sagen ich hab's gesehen wow inwiefern Welten generieren lassen? ja, keine Ahnung da kannst du zum Beispiel, dass du so riesige Schluchten hast echt? ich muss mir dieses Video angucken welche Folge war das? wo geht denn denn hin? ich weiß nicht ich seh hier die ganze Zeit, dass das... ah, du hast das Dubstep-Party schon auch gesehen, oder? ja, habe ich bei der, ähm... wie hieß die hieß? diese zerklüfteten Dings, ne? war das das? ja, und das hab ich gerade ich hab keine Ahnung, was ich hier tut ich häng hier irgendwo fest, wo ich nicht fest hängen kann hier ist die Mail plötzlich zu Ende siehst du mich vielleicht? hat Nitrado da nur gebaut ja, bitte wo bin ich hier? ja, ich seh dich aber ich schwimme total... ich schwimme... wir sind jetzt auf einem Abgrund ist das ok? ich weiß nicht, wir sind auf einem Abgrund ja, also hier geht's nicht... ja, rennen sie wirkt doch nur dezent wie auf Droh ich seh mich auch wie auf Droh Hallo! voll gehen wir Pfosten gelaufen da darf ich nicht mehr hinlaufen wo? hier ist normal hier ist normal, da ist scheiße wo seid ihr? seid ihr da? siehst du mich? folgt mir einfach hier wartet ein Typ auf uns hallo! wo seid ihr? wo muss das sein, wenn man auf Meth ist oder so? natürlich! Minecraft will uns dieses Gefühl geben ich frag jetzt nur wo ist Steffi lang? einfach geradeaus Steffi? hier, ja! ach wo seid ihr denn? ach wo seid ihr denn? nach Regenschirmen oder so die ich hochhalten kann wie diese Reiseführer ey! links von dir, links von dir wie diese Reiseführer die so ein Fähnchen hochhalten ach für das für den Esel hat's aber dann doch noch gereicht, ne? guck mal die Klappe hier die ist runter, die soll... also ne, die ist richtig das geht nicht warum sind eigentlich alle Häuser zerbombt? überall war bestimmt ein Drache da, oder? welcher Drache? das wissen die noch gar nicht psscht der hat doch was davon erzählt dass ein Drache wenig füttert und dann hast du eine Karotte eine andere Karotte ne, der ist so stark ich bin abgehauen ach, Entschuldigung ich bin abgehauen aber dieses Mistvieh hat alle Ferkel mitgehen lassen und es war nicht allein es ist in Richtung Nordosten geflohen da ist eigentlich nur ein riesiger Sumpf grüchten zufolge leben dort hässliche Hexen du willst da doch noch du willst da doch nicht etwa hin, oder? bist du verrückt? und genau in dem Moment hab ich hier epische, laute Musik wir sind verrückt schwer gehen da jetzt hin alles wir schlagen dem alles kurz und klein hier ok ich will ihn einfallen mit meinem Lasso ich will ihn einfallen er ist kein wildes Pokémon ich wollte gerade sagen, ich will auf eine Reihe, das kriegen wir falsch Nordosten, so habt ihr einen Kompass dabei? Nordosten? ne, ne Norden ist ja dann theoretisch aber warte mal, woher woher weißt du jetzt wo wir hin müssen? wir haben keine Koordinaten und nichts Nordosten oder nicht? älten Richtung Nordosten geflogen ok do you know what Nordosten ist? ok oder wir gucken einfach auf der Map, wo da ne Insel äh, wo da... Nordosten ist eine Himmelsrichtung wir müssen einfach nur in der Himmelsrichtung vorgehen wenn wir schon was finden so, Norden ist da da brennt es wieder warum bin ich auf meinen Esel gestiegen? weiß ich nicht du hast gehofft, dass er ein U-Boot-Esel ist aber nur bis zu einem bestimmten... von A nach B wow boah, ein Eselchen konnten... da hinten brennt alles da ist Norden ich würde sagen, da ist der Drache lang und dann noch ein bisschen nach Osten also fangen wir mal so oh, warum kann ich im ersten Moment eigentlich nie richtig schwimmen? da ist Insel das weißt du Steffi ja wir müssen ja auch auf eine Insel guck mal, da ist ein Häuschen wo ist ein Häuschen? sei mal froh, dass wir mal nicht so weit schwimmen ah, da ja das ist schon das richtige Häuschen wir hätten uns vielleicht dieses große Piratenschiff einfach mitnehmen sollen weißt du da war eh keiner an Bord alles mit Filmen von dir das sieht nicht richtig aus, hier das ist ein bisschen kein Freund ja hier Hobbits oh hier, sie wohnen nicht die wohnen aber nicht so die wohnen ja sehr viel schicker bei München ja, das stimmt warte, 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 warte warte, warte, warte ja ja die steht vor Burschen sie muss erstmal pinkeln warte, warte, stell dich wieder hin warte, 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 ich wollte ein Thumbnail hippi-pause oh, die Seite reagiert mich ich hab jetzt überhaupt nichts oh, oh, na, wo zieh die Nase? was ist mit? mein, äh, ah mein Browser hängt gerade, mein Browser hängt gerade ein bisschen fest bleib mal da stehen, Kix ach, die Karte hängt wie so ein bisschen in der Luft rum ich muss episch nach oben in die Sterne gucken wo ist der Bogen da? ich, ich erinnere mich an die eine Folge Minecraft, wo wir im Wald waren und ich dir das Bild geschickt habe danach oh ja von meinem Thumbnail das war einfach genial wir sind sowieso bei 18 Minuten ach so, dann könnten wir ja hier auch ein Folgenkreuz hin machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder echt? Danke fürs Zuschauen Kommentar Daumen hoch Gerne gesehen und wir sehen uns in der nächsten Folge Kommentar mh 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 mir hat letztens einer, äh, Erster unter das Video geschrieben weil da der erste Aufruf war und wird das alles erreicht, jetzt kannst du, jetzt kannst du kündigen ja, ich hab einen aufgerufen ich, 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 hallo YouTube-Mani und so wohin läuft der, läuft der denn? Wir wollten gerade Schluss machen hör auf den Busch zu schlagen ich hab noch laufen, was? ich hab noch laufen, ja da wollen wir dann hier kurz Ende machen Ende im Gelände was? da gibt's Kohle ok, bis zur nächsten Folge, tschüss